Carmen Geis zeigt bekanntlich gerne, was sie hat. Auf Instagram presentiert sich die Frau von Robert Geis regelmäßig in figurbetonten Outfits. Und bei ihrem jüngsten Posting zeigt sie auch noch viel Haut. In einem knappen Badeanzug mit heißen Cutouts und tiefem Dekolleté posiert die Kultblondine für die Kamera. Der Jet-Set-Clan urlaubt gerade an den Traumstränden der Malediven. Dass der Reality-Star die 50er-Marke schon etwas länger geknackt hat, ist für Carmen offensichtlich kein Grund, ihren Körper zu verstecken. Einige Fans sind da anderer Meinung. Die eigene Freizügigkeit so öffentlich zu teilen, scheinen manche Follower nicht nachvollziehen zu können. Bisschen knapp und peinlich lauten kritische Kommentare. Doch so wie wir Carmen kennen, wird sich die 53-Jährige von den negativen Bemerkungen zu ihrem Aussehen nicht die Urlaubsstimmung vermiesen lassen. Im Gegenteil, fleißig postet das ehemalige Model weitere sexy Badepics. Und die Resonanz zu ihren Wahnsinnskurven ist kurze Zeit später überwiegend positiv. Toll siehst du aus, du hast immer noch eine tolle Figur und Robert sei stolz, solch eine Frau zu haben. Klasse, schreiben überzeugte Fans. Und stolz wird Robert auf seine Carmen nach diesen heißen Bildern ganz bestimmt sein.